so leute willkommen zu einem neuen info video zu einem video man mag es kaum glauben hier auf youtube es gibt mal wieder ein normales video auf youtube von mir seltenheit geworden ich mache auch keine youtube videos mehr beziehungsweise ich mache keine youtube videos mehr auf meinem gaming kanal auf meinem let's play kanal super siemens es hat verschiedenste gründe zum einen fehlen einfach die zuschauer und zum anderen ist gaming beziehungsweise sind let's plays tools so ehrlich wie es ist fangen mit einem unschönen thema an es ist leider so habe ich das stream für mich entdeckt macht mir mega spaß mit meinen freunden mit euch zusammen einfach mal zu zocken einer leidenschaft dem zocken weiter nachzugehen zu können weil ich kann einfach viel mehr zeit das zocken mir nehmen wenn ich ein paar stunden spielen kann das video aufnehmen nehme ich mal eine halbe stunde auf oder sondern war es auch schon wieder gewesen das ist das finde ich für mich so besser ich hoffe ihr akzeptiert das so highlight videos werden natürlich auch trotzdem auf youtube folgen im großen und ganzen werden aber keine let's plays mehr kommen ja so viel dazu ich möchte gerne mal meine twitch seite bewerben ich habe momentan 83 follower cool wenn wir die hunderten mal voll machen könnten fettes danke an jeden und der kurde hat man beim letzten mal sogar fünf euro donated wirklich bedeutet mir sehr viel unterstützt mich auch auf jeden fall und die spenden kommen alle meinen sohn zugute ja könnt ihr gerne mal aus checken mein twitch wenn ihr vielleicht ein twitch account habt könnt ihr mir ein follow da lassen wenn ihr das möchtet wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder vielleicht ich weiß ja nicht vielleicht vermisst er mich auch so ein bisschen oder so wäre zumindest nett für die leute die vielleicht noch interesse an meiner person haben wenn er gerne mal vorbeischauen ich werde allerdings nebenbei auch immer noch auf youtube gleichzeitig streamen also konnte ich aussuchen ob ihr bei twitch guckt oder bei youtube ist euch überlassen ja dann zum zweiten thema des videos ich möchte gerne mehr videos auf der semi machen ich möchte mehr real life videos machen ein video kommt tatsächlich heute noch online wenn das video jetzt hier auch released ist ich will versuchen dass ich vielleicht zwei bis drei mal die woche ein video hier auf der semi mache und einfach mal um zu gucken ja was geht auf youtube noch so und geht generell bin ich eigentlich nicht abgeneigt ja hier videos auf diesem kanal zu machen denn ich es gibt wirklich viele themen es gibt wirklich viele sachen die man ausprobieren kann die ich machen kann zum beispiel hier so wenn ich mir sachen bestelle unboxings zum beispiel oder ich probiere verschiedene getränke aus mache ich auch mal ganz gerne so oder einfach irgendwelchen ja talk irgendwelche meinungen raus posieren und über irgendwelche sachen reden das mache ich eigentlich ganz gerne und möchte das auch weiter fortführen also könnt vielleicht ist das eben auch mal ein neuer hauptkanal keine ahnung auf jeden fall möchte ich da mehr machen in zukunft der kanal besteht ja mittlerweile auch schon seit vier jahren ich möchte mich auch für über 240 abonnenten bedanken das ist schon eine menge da freue ich mich auf jeden fall sehr drüber wenn ihr meinen kanal nicht abonniert habt könnt ihr das gerne tun würde ich mich sehr darüber freuen ich werde euch auch nicht enttäuschen und jetzt auch mal regelmäßiger videos hier auf diesem kanal machen ja genau dann kommen wir zum dritten thema des videos ja die beiden ich habe den netten rené über youtube kennengelernt kennen dürfen tatsächlich hat er mich entdeckt und wir haben dann irgendwie bisschen mal geschrieben gehabt und dann gesagt habe ich ja vieles neues ausprobiert letztendlich haben wir uns dann durch zufall getroffen sage ich jetzt mal wir sind fast nachbarn wir wohnen in einem ort und dementsprechend haben wir uns dann heute wenn ihr das video seht getroffen ein paar videos aufgenommen die beiden wie kann ich das erklären wir testen verschiedene energy drinks größtenteils wir trinken beide gerne energy drinks und kann das ja noch gerade nochmal aktualisieren vor 17 minuten haben ein neues video da bin ich tatsächlich dabei habt ihr auch gerade gesehen gehabt und ja betreibe jetzt den kanal mit da freue mich sehr drüber nochmal vielleicht werbung jetzt für diesen kanal da wird es zweimal die woche ein video geben und ich würde mich sehr darüber freuen wenn wir vielleicht eventuell die 500 abonnenten erreichen könnten wenn wenn ihr die voll machen könnte das wäre sehr schön das wäre wohl da würde sich der rené bestimmt auch sehr freuen und ist auch ein kleines herzensprojekt ich habe da sehr viel spaß mit hat heute sehr viel bock gemacht auf jeden fall und wir werden verschiedenste energies testen aus den usa zum beispiel und ich denke mal das wird nicht wirklich langweilig werden und wir haben auch ziemlich viele video ideen die umsetzen wollen ich werde mich sehr freuen leute in dem sinne verabschiede ich mich ja und ich hoffe wir sehen uns denn irgendwann mal wieder ja in streams in videos auf die beiden vielleicht oder auf meinem semi kanal ich bleibe euch auch irgendwie bestehen du müsst halt irgendwie nur irgendwie werdet ihr mich schon finden sag ich jetzt mal wenn ihr eher interesse an meiner person weiterhin habt ja das so weit soll es so weit gewesen sein ich verabschiede mich wie gesagt wir sehen uns dann hoffentlich bald mal wieder und ja leute bis dann erstmal tschüss tschüss